Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer ganz kurzen, aber interessanten Information über Apex. Für die Leute, die den Solo- und den Duo-Modus schon sehnsüchtig erwarten, es kann leider Gottes sein, dass der Solo- und der Duo-Modus gar nicht erst ein Spiel finden. Warum man überhaupt davon ausging, dass Solo- und Duo-Modus überhaupt kommen? Die Dataminer, die immer ganz fleißig in den Spiele-Codes rumschnüffeln, haben ja am Anfang schon rausgefunden, welche neuen Legenden alles kommen könnten. Unter anderem war da auch der Solo- und der Duo-Modus dabei. Und jetzt mit dem Update, das am 19. März kam, sind die Informationen in den Codes des Spiels komplett verschwunden. Und deswegen geht man jetzt davon aus, dass es sein kann, dass es A entweder nicht kommt oder ein sehr, sehr weites Ferner rückt, was ich eigentlich schade finden würde, weil die meisten wünschen sich einen Solo- und einen Duo-Modus. Ich bin zwar komplett mit dem 3er Squad zufrieden, aber es würde für starke Abwechslungen sorgen, wenn man auch einfach mal alleine sich durch die ganze Geschichte kämpft. Das würde ich eigentlich ganz geil finden, wenn das noch kommt. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn sich die Community hartnäckig diese Geschichte wünscht, wird das auch kommen. Was aber früher auf Seiten schon gesagt wurde, nicht alles, was geleakt wird, heißt, dass es auch wirklich stimmt. Denn bestimmte Leaks und Codes, das ist tatsächlich in dem Spiel gefunden worden. Aber es wird auch geschrieben, dass das Überbleibsel noch aus der Entwicklungsphase des Spiels sein könnten, die einfach nur nicht aus dem fertigen Spiel genommen wurden. Also wie gesagt, man sagt immer, man sollte mit Leaks die Datamine veröffentlichen sehr, sehr vorsichtig sein. Das meiste wird zwar meist bestätigt und trifft auch ein, aber aktuell scheint es jetzt so zu sein, dass der Solo- und Duo-Modus ganz weit weg scheint. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe mich darauf gefreut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wünscht ihr euch den Modus oder seid ihr mit dem 3er Squad so wie ich eigentlich völlig zufrieden? Ich würde mich sehr über ein paar Kommentare freuen. Ich wünsche euch ein absolut schönes, sonniges Wochenende. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.